Heute wird Arjona und Robin, werden das letzte Mal zusammen auftreten und für euch tanzen. Und jetzt geht es los! Weltmeister Arjona Savchenko und Robin Scholke Weltmeister Arjona Savchenko Weltmeister Arjona Savchenko und Robin Scholke Weltmeister Arjona Savchenko und Robin Scholke Applaus 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 Ja, dann ist es ja kein Ende, aber es hat auch wieder ein Anfang. Merken Sie sich den Termin Dezember 2015, den da kommt die nächste Adventure Nice Show. Und ich möchte es nicht vergessen, mich bei allen zu bedanken, die hier an dieser Show gearbeitet haben, Tag und Nacht, über Wochen, an allen Sponsoren, für alle Sponsoren, Dankeschön. Es ist eine tolle Veranstaltung geworden.